Jo Leute, über diesen Winter möchte ich meinen ersten Lean-Balt starten. Das heißt, so viele Muskeln wie möglich aufzubauen und das Ganze aber somit möglichst wenig Fett. Also schon mit dem Fett etwas in die Höhe gehen, damit man mehr aufbauen kann. Aber bei den Fetten eher die gesunden Fette verwenden, viel Kohlenhydrate, viel Proteine, im Genereen einfach ziemlich viel essen. Es werden auch einige Cheat Meals in dem ganzen Platz haben und ja, mal schauen, wie wir dann nach dem Winter ausschauen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, für mein zweites Mini habe ich genau das gleiche, wie ich für mein erstes Mini habe. Das ist Zucchini, Rindfleisch, wie man sieht, ohne Fett, Gemüsereis mit Sojasauce und etwas Avocado. So Leute, jetzt auf zum Move, den Booster reinhauen und dann auf ins Stream. Yo Leute, was geht? Ich bin jetzt beim U-Bahn gekommen und wie man sieht, er ist noch nicht hier. Also er wird hoffentlich bald kommen. Und ja, unser heutiges Training ist Back-Training und Schulter-Training. Und das Ganze wird so aussehen, dass wir jetzt immer so die Ausführung 6 bis 8 Wiederholungen machen werden. Und in diesem Bereich. Und das Ganze halt High Intensity und wirklich auf das Gewicht konzentrieren. Mind-Muscle-Connection, wirklich schön langsame Ausführungen. Und dabei ist so viel Gewicht wie geht. Aber so, dass die Ausführung trotzdem noch schön ist und immer die 100% dabei sind. Und ja, das Ganze halt für Masse in der Kombination jetzt mit meinem Le Guin Bark, den ich persönlich jetzt versuchen werde. Und ja, bam. Und das Ganze halt für Masse in der Kombination. Und das Ganze halt für Masse in der Kombination. Und das Ganze halt für Masse in der Kombination. Und das Ganze halt für Masse in der produktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Until I walk awake, scream my mind I shout the ground shakes How much can I take, my mind will break Will it break, can I take Can I be your superhero 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 Can I be your superhero 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 Can I be your superhero 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 We stay when the music plays at last We stop alone when the people sway We stay when the music plays